Guten Morgen Leute, es ist der nächste Morgen, mir geht es wieder ein bisschen besser, habe viel geschlafen, es sind gerade 14 Grad, es sieht bewölkt aus, wir fahren jetzt nach Köln, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. So, hallo Paul, vor der Kamera, gerade zu Hause, ja, ich laufe hier gerade, oben am Rhein lang, und ist schon ganz schnicky hier, muss ich sagen, ist cool, mir gefällt Köln. Hallo Paul in Köln, cool, freut mich, dass du an mich gedacht hast, wie ihr gesehen habt, Leute, wir sind gerade in Köln unterwegs, und nachher geht es für Lukas zurück nach Hause, ich fahre wieder zurück nach Bonn, mein Airbnb, und ihr seht jetzt noch die restlichen Szenen aus Köln. Wir waren nämlich noch auf einem Lost Place, was richtig cool war, wo wir noch coole Leute kennengelernt haben, Leute, viel Spaß, macht's gut. Wir waren nämlich noch auf einem Lost Place, wo wir noch hier in der Räckung haben, die wir heute zurückführßen, sind gerade in der Räckung, und nicht nur Köln, sind alles, was richtig geworden sein. Wir sehen uns beim nächsten Video, dann haben wir einen schönen Abend. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bye-bye!